ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play wir müssen also ein typen mit blieben hemd und ich meine von civil ist okay das war eigentlich keine absicht ich hätte geholfen hätte gedacht er wäre das gewesen ich probiere mich den von hier oben ausgeschaltet bekomme dass ich nicht den weg darunter muss machen muss tut mir leid das war der hat er das wirklich recht sein naja ich habe und ich habe noch viel bekommen ich glaube ich habe jetzt alle geheimen agenten dieser stadt besiegt so über wo noch näher und warte mal wo ist es denn hier ist hinter audiopaket aber vorher mache ich noch einmal kurz eine kleine absticher hinten hin ojojojojoj also war es war irgendwann ist auch immer gut mein digger so aufsehen ok hier sind noch mal einige der jungs ich habe mich nicht zerstört jetzt gerade ja scheiße ich habe ihn zerstört ich wollte ihn eigentlich schon freien verdammt verdammt war der freund hätte eh schon uns der junge ist besiegt und damit müssten wir auch alle aber auch alle die uns allerdings schon die die äh sprays vermutlich ja aber gucken wir mal das mal eins machen wir jetzt auf jeden fall noch zeit zu essen ich spiele das spielchen ja auf der guten seite durch nicht aber es hat bisher laune gemacht es macht wirklich laune doch so dann müssen wir das auch erledigt haben super und abtauern hat nur noch 37% und dann müsste oben die drohne ok und sind nur noch 35% ah wir können schon bald am boss fight machen yeah baby die gehören nicht dazu dann machen wir jetzt noch schnell den warte mal haben wir alles sonst oh wir haben oh wir haben oh da oben sind noch ey wir haben noch zwei kameras vergessen haha ansonsten haben wir sie glaube ich alle dann gehen wir zur kameras zerstören noch ich will die will ich nämlich gerne haben naja ok da komm ich nicht hoch die eine die da sitzt naja hier oben einmal und die letzte warte mal da müsste ich eigentlich auch alle haben an Kameras in der kompletten Stadt Sprays haben wir auch nicht alle aber Kameras haben wir glaube ich alle und ich glaube hier oben haben wir auch alles Das ist noch ein Audio-Paket. Na, verdammt, wir haben noch nicht alle. Wir müssen also hochreisen. Theoretisch. Uns fehlen aber nur noch nicht mehr viele. Dann mache ich hier zumindest auf der Insel die ganzen Kameras down. Dann mache ich zumindest auf der Insel hier die kompletten Dings. Und dann reise ich kurz hoch. Ich schieße noch die letzte Kamera da oben kaputt. Und dann müsste ich eigentlich sogar alle haben. Ich gehe jetzt mal hoch gerade. Dann ist das Spray. Ich suche die scheiß Kamera. Ich suche die scheiß letzte Kamera. Entschuldigung. Da ist sie. So, dann fehlt die noch. Eigentlich müsste ich sie dann fast alle haben. Also zumindest hier habe ich sie, glaube ich, jetzt alle drauf. Ja. Genau, dann müssen wir jetzt tatsächlich unseren Schnellreisepunkt safen. Warte mal, wo ist denn der? Ich weiß, dass wir noch den Bosswert haben, noch nicht ganz. Da ist noch eine Mission offen. Dann reise ich uns hier hin. Holen wir die letzte Kamera. Die Drohne hier nehme ich mit. Ab town 32% nur noch. Also viel ist es nicht mehr. Ich könnte jetzt sofort irgendwann mal machen, um den Bosswert zu machen. Ich will den Bosswert in der nächsten Folge machen. Ich brauche einen Schnellreisepunkt. Ich habe alles bei ihm kurz klein. Heute ist es klein zurück. Aber es ist sicherer alles hier vor allen Dingen. Also ich weiß, dass ich die Dinger nicht auf 100% spielen kann und werde. Das ist mir schon klar. Aber ich brauche den Schnellreisepunkt jetzt gerade. Gehen wir nicht auf die Nüsse. Ich wollte eigentlich eure letzte Kamera zerstören und nicht so ein Scheißheit anfangen. Hör mal. So. Na. So. Hopp. Einmal hoch. Also weil es müsste ja da aus der Drohung gehen. Wo war das jetzt? So. Die Schnellreise. Jetzt aber bitte nicht, dass ich hier nichts auf der Karte sehe. Ich gehe erstmal nach Belltown. Und da gucke ich danach, wo ich hin muss. Das war nicht Belltown. Das war... Wo ist denn die Scheißkamera jetzt da hin? Fehlt wie gesagt noch eine. Ach, die war sogar richtig. Das war eigentlich nur ein Zufall, dass ich jetzt tatsächlich hier gereist bin. Ich wollte eigentlich jetzt mal nur gucken, wo ich hin muss. Aber das ist die Kamera, die letzte. Das müsste es eigentlich dann sein. Die müsste... Weiß ich, das Gebiet, wo wir die erste... Wo wir das ganze Mal unsere Neonkraft gekriegt haben? Ja. Ich glaube noch. Warte mal, wo ist denn die Scheißkamera hin? Die ist unter uns. Aha. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Genau. Sag ich doch. Die Trophäe haben wir gekriegt gerade. Ich wollte die Trophäe haben für die... Für selbliche Kameras. Ich glaube, ich habe da ein selbliche Kameras down. Ich habe, glaube ich, sogar die größtenteils alles praced down. Aber das weiß ich immer noch nicht, was es ist. Wir markern uns jetzt mal... Das Gebiet hier. Das heißt, wir müssen da irgendwo hin. Ich muss mal kurz eben gucken, wo ich da hin muss. Am besten... Ah, ich weiß, was weiß ich hier nicht. Genau, wir gehen hier hoch. Ich weiß, dass wir hier noch einiges offen haben. Weil, äh... Hier oben sind solche noch ein Skenten oder ein Dings. Aber ich weiß noch nicht, ob ich alle machen will. Ich will mich jetzt erstmal wieder ins andere Gebiet wieder rüber. Und mir die Stadt soweit sicher machen, dass ich zumindest immer den Bossfight machen kann. Wobei ich vermute, dass sie dann auch nochmal... ...kräftig aufziehen werden. Es ist immerhin der letzte. Patsch, schauen wir mal kurz hin. Schnellreise. Jetzt zurück. Wir reisen zurück nach Waterfront. Und da hinten gibt es eine kleine Brügelei, wie ich das gerade mitbekomme. Alter, das geht aber gar nicht hier. Geh mal mit. Meins. Also, schön zu wissen, dass sie kommen. Fahr einfach weiter. Ist frei. So. Der checkt das gerade gar nicht, ne? Das ist ja jetzt gerade mal kurz... So. Das heißt, uns fehlen noch einiges an Sachen. Fangen wir an mit dem ersten und nächsten Spray. Das heißt, das ist hier. Ja, ich weiß. Ich zögere das Finale gerade ein bisschen raus. Ich kann es aber bitte gehen. Dankeschön. Jetzt mal. Die wollen wieder. Die Jungs wollen wieder spielen. Hör mal. Hör mal. Hör mal. So, was tue ich jetzt oder was? Ja. Die OP hat keine Chance. So, mal kurz wieder uns aufladen. Wir wollen natürlich erst mal sprayen gehen. Spray ist immer so ein bisschen das Einfachste. Machen wir, glaube ich, auch fast alle mittlerweile. Ich glaube, wir haben alle... Wir haben sämtliche DUP-Zentralen. Wir haben sämtliche Sendemasten. Und wir haben mittlerweile sämtliche Kameras. Klar, die größte Arbeit wäre natürlich jetzt nämlich eine Drohne noch zu holen. Und, und, und. Aber, wie gesagt, das ist ein bisschen heftig. Das ist von der Arbeit her. Ein süßes Kätzchen mal. Und, 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 und. Dann haben wir das, glaube ich, auch. Yeah. Nice one. Genau, das Kätzchen guckt da durch. Das ist auch cool. Und wir können theoretisch den Bossfight machen. Der letzte. Wie gesagt, der uns noch in Hause ansteht. So, was haben wir denn überhaupt noch zu tun? Eine Kamera? Sehe ich das gerade richtig? Haben wir noch eine Kamera? Oder haben wir also alle dann? Also wir haben noch nicht mal alle Sprays. Das nächste Spray wäre nämlich hier unten. Aber wir machen jetzt mal das da. Aber da ist noch die versteckte Kamera. Über dem Schirm. Warte mal. Die müsste eigentlich hier oben irgendwo sitzen dann. Die müsste über den Schirm sitzen irgendwo. Sie denn? Das ist aber nett. Jetzt sitze ich hier oben irgendwo. Da sitze. Im Eck. Kaputt. So. Letzte Kamera auch zerstört. Oh, Leute. Ernsthaft. Ich lese die Kapitulation ab. Zumindest von euch pfeifen. So. Geht das schon da los? Eigentlich wollte ich nur ein bisschen aufräumen. Und dann kommt wieder so ein Typ. Komm wieder so. So. Der ist besiegt. Der ist besiegt. Und der kapituliert. Ja. So. Dann sind die auch zumindest Geschichte. Das heißt, wir gehen noch das letzte Spray. Eines der letzten Sprays machen. Dürfte dann nicht mehr so viel sein. Ich glaube, wir haben da alle. Wir haben versteckte Kameras haben wir mittlerweile auch alle. Da haben wir die Trophäen mittlerweile bekommen. Also wie gesagt, ich glaube, das will wahrscheinlich kein 100% Let's Play werden. Davon könnte man sicherlich ausgehen, weil sonst müsste ich die ganze Drohne noch jagen gehen. Da fehlt da noch was. Das ist so. 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 sieht auch schon wieder gut aus die großen kameras die kleinen kameras alles schon gefunden so schablonen kunst abgeschlossen oh da ist wieder einer in den not helfen wir natürlich direkt so dann müsste es wenn ich mich jetzt richtig erinnern nur noch diese eine eine schablonen kunst sein und der helfer mal hallo nichts hast du getan genug getan doch wenn sie bitte nicht dass ich noch da hinten um einer rum streibt ich mag keine aktivisten ich weiß es ist nicht gut für meine kamera stufe aber ich habe kein bock ging da befindet sich der drogen die da oben ja der befindet sich hier unten drogen vernichtet so der besiegt drogen die verhindert so die stadt ist wieder ein teil wieder ein weiterer teilsicherer so mit der letzte schablonen kunst hier wollen wir es noch dann müssten wir eigentlich soweit sicherer äh dann müssen wir soweit eigentlich durch sein ich weiß dass es jetzt 90 stück laufsarbeit hier aber laufen ist gesund so fehlt nur noch das eine dinge in rein nee und dann machen wir weiter in der nächsten folge auf jeden fall ich zögere den boss weiter raus hahaha wir müssen nämlich die ganzen audioprodukte gerade noch sammeln moin und dann müssten wir sogar da mit dem kompletten teil durch sein dann können wir nämlich irgendwann wirklich den boss fight machen äh und dann äh dann geht jetzt an die letzten mission und sie haben noch ein bisschen was zu tun also heute kriegst du definitiv nicht durch das ist so kann ich euch jetzt schon mal versprechen so und da müsste ich jetzt auch das alles haben Moment da ja damit haben wir auch alle schablonen abgearbeitet wunderbar und uns fehlen also nur noch die audioprotokolle 1 2 hier fehlt noch eins da fehlt noch eins 1 2 ich meine gesamtübersicht hätte wenn ich wie viel das überhaupt noch sind weil ich vermute dass hier ne da ist nicht noch eins ok dann haben wir fehlen also nur drei audioprotokolle ne wir müssen nach paramount paramount da fehlt nämlich die letzte hm ist nicht das rolle da so so aber die audioprotokolle gehen wir dann in der nächsten folge sammeln 2 5 7 7 10 10 10 10 10 11 11